In den 30ern war ich gezwungen, zur Army zu gehen. Es war die Hölle. Aber es gab jemanden, der mich durchhalten ließ. Mein Schatz Henrietta. Sie war mein Ein und Alles. Bei ihr fühlte ich mich wichtig. Ich war erst wieder seit ein paar Tagen in Amerika. Mein bester Freund gehörte zum Regime. Und ich hatte eine Tochter, von der ich nichts wusste. Wie fühlt man sich da? Bist du drin? Was zur Hölle? Raus aus meinem Kopf, du Geist! Das ist ein tragbares Funkgerät. Wie alt bist du? Dieses blöde Ding. Ich dachte, das wäre gegen Wasser in den Ohren. Ach, du warst damit unter Wasser? Egal. Ich hab Baupläne der Basis gefunden. Wenn du weitergehst, rennst du einem Haufen Regimesoldaten in die Arme. Soll mir recht sein. Ich will mich laben, Mann. Das ist dumm. In der Nähe gibt es Wartungsluken, durch die du sie umgehen kannst. Nimm die. Es war komisch, Befehle von meiner Tochter zu erhalten. Und sie hatte recht. Ich musste einen Job erledigen. Nicht zum Spaß töten. Und sie hatte recht. 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 ARD Text im Auftrag des WDR Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ach, Ginny. Kannst du mich Dad nennen? Ich denk drüber nach. Ach! 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 Beobachtung! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hallo, Captain. Hier spricht Schwarz. Ich dachte, man hätte sie erledigt. Aber die Eule ist wohl nicht mehr so nützlich. Egal, denn dieser Raum wird ergraben. Nichts wird die Orbitalkanone aufhalten. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich hatte das normale Leben aufgegeben. Ich dachte, ich würde im Kampf sterben. Selbstmord durch das Regime. Aber dank Ginny gab es vielleicht etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und zu leben. Schwarz war in der Nähe. Meine lange Reise ging dem Ende zu. Ich stand kurz davor, dieser Orbitalkanone den Saft abzudrehen. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte Germanien statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Staates der größten jemals von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir die Orbitalkanone. Nach Jahrzehnten der Forschung werden wir mit der von unseren Wissenschaftlern entwickelten Orbitalkanone von jedem Ort der Erde aus Terroristen eliminieren können. Wir sind außerdem hier, um den Tod des berüchtigten Terroristen Butzemann zu feiern. Nach dem Start werden wir Ihnen seinen Leichnam präsentieren. Danach übergeben wir ihn dem... Lassen Sie es sich schmecken. Das wird Ihr letztes Mal sein. Ist das Gerard Wilkins? Sie sollten noch tot sein. Alle Mann, erledigen Sie ihn! Die Party ist vorbei, Schwarz. Sie können es uns leichter machen und runterkommen. Dann reiße ich Ihnen den Kopf ab. Sie sind eine Kakerlache, Wilkins. Ein Relikt vergangener Zeiten, das unserem großen Triumph nichts anhaben wird. Krieg! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.